Grüß euch, meine lieben 3B, was ich darf euch begrüßen zu unserer heutigen Geografie-Stunde. Ich habe dir heute gedacht, wir machen zur Auflockerung am Anfang. Einmal habe ich für euch ein Bild aus meinen Ferien mitgebracht. Also schaut auf den BIMA. Was könnt ihr da sehen, bitte? Seien das Sie? Ja. Ja, das bin ich. Was könnt ihr da los sehen? Das ist ein Gebirge. Na gut, wir machen das so, ihr schreibt alle euren Dirke-Atlas auf und ich gebe euch eine Gepinke-Getschensuch-Register. Und dann gebe ich euch eine Gepinke, das beginnt mit H. Dann nehmen wir Laia. Richtig, Natascha, super. So, jetzt habe ich noch eine Aufgabe für euch. Wir machen das so, also Lagebeschreibung, drei Merkmal in euer Heft-Zubild, was ihr immer gemacht habt. Länge, Breiten, Grade, alles hineinschreiben. Und dann habt ihr mir schon gedacht, so noch 5 Minuten, tun wir das alle gemeinsam so kontrollieren. Und dann wird das alle von euch machen, gell? Also, bitte 5 Minuten. Ah, jetzt. Haben wir jetzt eh? Ja. Bitte, bitte, bitte. Oh, bitte, bitte, bitte. Dann geht's. Also, Lagebeschreibungen, drei Merkmale, wer macht's. Bargibeschreibungen, drei Merkmale, wer macht's. Söskirchen. Rrrr! Applaus